ladies and gentlemen willkommen zurück bei lightbringer industrie ist frisch gestärkt gehe ich ans werk gerade ein hervorragendes essen genossen selbst gekocht natürlich noch oma's rezept rinsrouladen und wir schauen mal was ist der wort es gibt glaube ich zwei arten von den dungeons und zwar handgemachte ich glaube das sind die normalen und so random das immer wieder irgendwie so wie in diablo oder so zusammenwürfen aber die kann man die kann man dann mit anderen spieler glaube ich machen aber die machen wir nicht weil man muss ja nicht alles übertreiben das ist dann das bonus vom bonus so oder so so tausend schon wieder voll nur wieso sind da zwei lampen jetzt? what the fuck ojda schwede ähm bin gespannt ah die kennen wir doch die kennen wir leute und zwar von dark souls kennt sich natürlich auch schon auf lightbringer industrie's channel naja die sind in dem spiel auch dabei genau by the way die haben wir ja schon gehabt ähm und ich glaube die vergiften auch noch irgend so ein scheiß wow oder verfluchen oder irgendwie warte aber auf jeden fall sind sie easy peasy und ich habe keine ahnung was ich da überhaupt drüber erinnern bin gespannt ob ich da runterfalle wenn ich da drüber kann nein das ist nicht so oder gibt es so einen lässigen luitfne film weil ich gerade die latschen da sehe ich äh luitfne ist wahrscheinlich jeder ein begriff super franzasen von mir und da fährt er halt mit dem moped vollgas glaube ich sicher ein 50er oder so irgendwie über so eine ganz kleine latschen fahren und dann fährt er komplett mit dem moped rein komplett das ist halt einfach zwei meter tief herrlich sowas gibt es heutzutage auch nicht mehr so einen lässigen slapstick das waren halt nur die guten alten 80er jahre aber nichts desto trotz wir sind im jahr 2015 bei flatboren wow den werden wir gerne killen so ok das sind auch keine gegner die frage ist sollte da hinten ja da liegt was müssen wir fast hm dabei schauts easy aus es sind anscheinend bosse und so zeige auch natürlich herinnen ok drei schläge wir haben keine munition mehr oder also es ist ein doppelschüsser jetzt checke es erst darum habe ich keine munition mehr gehabt die ganze zeit der braucht gleich zwei auf einen aha nimmt zwei zahl eins oder wie umkehrt nimm eins zahl zwei einmal ok da können wir solche sachen auch farmen lustig wo ist die nächste lampen normalerweise müsste ich gleich wieder lampen kommen so wie es darin ausschaut ein leuchtfeuer will der ah na das eine lieb schau meine kleinen freunde da fallen wir runter und sind voraussichtlich tot wenn uns das trifft ich bin gespannt ob wir das erste gleich treten ach das war gläuer wow scheiße und ich hab nix ich hab nix mit oder hab ich was mit moment moment ähm hab ich was mit hab ich was mit nein hab alles in der bank ach scheiße das ist natürlich schlecht ne da brauche ich jetzt unmengen ach Gott da kommen einfach voll viel von die da rum das ist irgendein special da rum mit den zwei flammen dingsbombs scheiße ich brauch halt ein antitop ah mies gar nix mit aber alles weiß man halt auch nicht vorher ne oh scheiße oh 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 ich glaub das war keine gute idee dass ich mich da reinhauen oh scheiße ja da kann man unendlich oder wie spür's wie der grottenschlecht ok feuerpapier heiltrinker haben wir eh noch ein paar aha da ist irgendein Glockenhaini der beschwerbt dich oder wie blädi ah ja der beschwerbt dich ok jetzt check ich's ok schaut aus wie wenn der arm olig war verdammt alter da brauchen wir heil energie pfff eieieiei fettmops der dicke von nebenan tja die bin immer noch grausam vergift boah scheiße wo hat denn der her geschossen tja die frage ist geht's da noch woanders auch weiter ok ok der wirft mit wurfmesser oh jetzt kommt er schon ja scheiße 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 weg 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 die Scooby-Doo-Taktik ladies and gentlemen einfach im kreis laufen woher zick zirk den hebel der dicke kommt der dicke kommt wo ist er da ist er ah scheiße ach scheiße das ist glaube ich irgend so ein mini-boss oder sowas mal schauen dass wir die klein olle killen da da ist er 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 enttriegelt aha irgendwo aber die frage ist soll man den probieren oder nicht ah pfff ok der ist nicht ganz so schlimm wahrscheinlich killt er mich mit einem Schlag ah ja guckt mir nicht runter tja wua dann sieht man richtig ins ein schlag hine he 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 ah ja 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 karamba Irgendwo hat sich eine Tür entriegelt, müssen wir mal schauen, wo das ist. Okay, das ist dann so auf die Art, wie ich das jetzt verstehe, Diablo-Style, wo man sich immer weiter runterkämpft wahrscheinlich und es wird immer schwerer. Schätze ich mal ganz grob. Die Frage ist, ob ich da nicht runtergehen sollte, beziehungsweise was drunter. Aha, da haben wir eh schon was. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich auch anders haben. Da wird jetzt ein Tier aufgegangen sein, irgendwo. Ah ja, ich glaube, da ist sie eh schon. Ich habe keine Ahnung, ob die vorher schon war. Das schaut nach Falle aus. Boah, legt mich doch am Anus! Boah! Der hat die Hälfte, verdammt nochmal! Ne, das war eh der. Oder ist da noch einer? Oh, ich kann noch fahren. Okay, scheiße. Ne, da gefällt es mir gar nicht darin, wenn ich ehrlich bin. Das mag ich nicht. Überall liegen die Leichen hier rum. Sollte ich da gerade fahren, ne? Okay. Okay, der ist runtergefallen. Das schaut ja geil aus. Hammer! Liegt da im Schlamm. Okay, da kommt man mal weiter und auf der Seite ist nix. Riesenratte. Riesenratte. Hat es auch einen lässigen Boss gegeben in Dark Souls 2. Mit 8 Millionen rotzen. Und da wird man mit Sicherheit vergift. Nur mal ein Schuss. Weil ich muss eh einzeln locken, weil wenn die alle auf einmal kommen, dann bin ich es gewesen. Auf jeden Fall. Und das schaut so aus, wie wenn alle auf einmal kommen. Aber die Frage ist... Waaah! Waaah! Naja, so geht es auch, ne? Das war jetzt, warum es eins schlägt. Ja, Millisekunden später hätten sie mich sicher weggepöllert. Grabschimmel. Ah, ne, ist nicht da. Gerade einen Grabschimmel gefunden. Sicher guter Käse. Waaah, der Schlamm schaut ja extrem geil aus. Wird er vergift? Nein. War nix nachts. Waaah, der Wahnsinn, das ist cool gemacht. Hammer. Extrem geil. Das ist ja fast ein bisschen gruselig. Und die haben da gut gefressen, wie man sieht. Aber nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Ich hoffe, die Stänger nicht auf. Boah, das schaut ja extrem geil aus. Wirklich extrem. Herr der Leichenberge. Schaut so aus, wie wenn es das gewesen wäre, da. Kann man nix machen. Die Irre da herum schon wieder wie ein Irrer. Okay, Molotov. Können wir nehmen alles gern mit. Das sind lauter so Sachen, die sind nicht schlecht, aber umhandeln sie mich auch nicht. Seelen kriegt man auch nicht wirklich, Schrägstrich, Blut, Dingsbums, Echos. Kann man sich achten, so einen netten Rattenfellmantel oder irgend sowas craften. Ich hab keine Ahnung, wo das Wetter geht, ne? Vielleicht war das gar nicht, die Tiere aufgegangen ist, he? Wahrscheinlich ganz am Anfang. Warte mal, wo bin ich? Ah, da bin ich noch gar nicht auf wieder, gell? Ob ich das übersehen, gell, he? Ah, okay, das ist die Tiere, die darf jetzt offen sein, oder? Okay, da müsste jetzt wahrscheinlich noch ein Boss kommen oder sowas. Links, rechts. Geht raus. Geht raus wahrscheinlich. Ja. Ich müsste jetzt die Lampen kommen normalerweise, hoffentlich. Ach, scheiße. Wuhu. Alter, der hat mich erwischt. Das ist nicht wahr. Fuck it. Okay. Wow, hao, Alter. Ich glaub, der ist nicht so schwer. Der tut nur so. Ah, ja, ja. Der hat halt eine extreme Reichweite. Ah! Die müssen wir schon offen, Leute. Wow. Fuck, ich brauche Blutviolen, verdammt. Ich glaub, den werden wir noch nicht packen beim First-Try. Auch wenn er nicht wirklich schwer ausschaut. Hohoho! Hey, ich bin auf die Seite gekupft, was soll das? Er blüht schon. Ja. Ah, ja, ja. Okay, das ist eher mehr ein Miniboss. Lockgeschafft, aber ich hab mich einfach wieder mal extrem schlecht angestört. Ah, na gut. Bis gleich. Yo, wieder da. Toy Nummer zwei. Okay. Fett, nur wirklich fett offen. Oh, Mann. Okay. Okay, nicht ganz so ungeduldig werden vielleicht. Weg, 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 weg! Puh! Geduld, mein Freund, Geduld! Ausreden tut er gut! Jawohl, fett! Komm schon, bombs ihn so richtig! Pfft, 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 pfft So bocht es in das Video, by the way. Wow! Okay, der kann wirklich nichts. Ah, nicht sterben jetzt. Das macht er nicht. Oh, oh. Okay, er war schon hin. Ah, naja. Ja. Easy going! Aber das war halt erst einmal der erste Level oder so. Ich weiß nicht, ob man da jederzeit wieder her kann. Wahrscheinlich schon. Lampen sind genug da. Oh, er hat eigentlich, hat der was fallen lassen eigentlich? Irgendwas hat er fallen lassen, glaube ich, muss ich nachher nachschauen. Ah, da habe ich noch meine Blut-Echos. Ich glaube, ich bin da ein bisschen zu overlevelt, oder wie man das nennt, momentan noch. Ich schätze mal, jetzt wird es noch ein bisschen anstrengender. In der Runde, in, in, weiß ich nicht, wie man das sagt, Runde 2 dann. Ähm. Na, da komme ich hier. Ich habe mich verrannt. Glaube ich. Oder? Na, da. Na, da. Na. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020